Die Erde ist nicht der beste Planet zum Leben. Die Autoren des Artikels, veröffentlicht im Astrophysical Journal, sind davon überzeugt. Mit den Daten des Kepler-Weltraumteleskops der NASA untersuchten diese Wissenschaftler über 2000 Exoplaneten in potenziell bewohnbaren Zonen ihrer Sterne. Das Faszinierendste daran ist, dass über 120 dieser Welpen Gasriesen sind, von denen jeder potenziell mindestens einen Mond hat. Überraschenderweise gibt es dort die größten Chancen, außerirdisches Leben zu finden. Diese Monde könnten nicht nur flüssiges Wasser haben, sondern Gasriesen können sie auch vor kosmischer Strahlung schützen, ein Magnetfeld und sogar eine Atmosphäre bieten. Mit anderen Worten, alles, was die Erde mühsam und mit viel Glück erlangt hat, könnten die Monde der riesigen Exoplaneten ganz einfach bekommen haben. Dieser hat nur einen Haken. Trotz der Bemühungen der Astronomen und der Beobachtungen des James-Webb-Weltraumteleskops wurden bisher keine Exomonde gesichtet. Doch allein in unserem Sonnensystem haben Gasriesen sage und schreibe 131 Monde. Und viele Wissenschaftler glauben, dass einige von ihnen nicht nur Wiegen für außerirdisches Leben sein könnten, sondern auch perfekte Welten für die Besiedlung. In diesem Video erfährst du, welche Monde mehr als nur Bakterien beherbergen könnten, was Landwirte auf der Erde dort anbauen könnten und warum die kalte und düstere Welt, die den Saturn umkreist, für eine Besiedlung besser geeignet ist als sogar der Mars. Und ganz allgemein, wie könnte das Leben auf den Monden der Gasriesen im Sonnensystem aussehen? Wissenschaftler haben lange geglaubt, dass alle Trabanten des Sonnensystems wie unser Mond sind, das heißt langweilige und leblose Felsen. Doch einige von ihnen haben die Astronomen bei ihrer Erkundung überrascht. In den frühen 70er Jahren erkundeten die NASA-Raumsonden Pioneer 10 und 11 erstmals den Jupitermond Io aus der Nähe. Ihre Daten zeigten eine Anomalie. Die Masse des kleinen Mondes war größer als erwartet. Normalerweise bestehen solche Himmelskörper aus Wassereis und Silikaten. Aber Io ist mit Silikatgestein und Eisen gefüllt, was ihn zum dichtesten Mond im Sonnensystem macht. Die Dünnatmosphäre von Io faszinierte die Wissenschaftler noch mehr, aber die gründliche Untersuchung wurde durch den Strahlungsgürtel, der den Mond umgibt, behindert, was zu Fehlfunktionen in der Ausrüstung der Pioneer-Sonden führte. Glücklicherweise schafften die Voyager-Sonden im Jahr 1979 Abhilfe. Mit ihrer fortschrittlichen Ausrüstung konnten sie endlich hochwertige Bilder von der Oberfläche von Io aufnehmen. Und die Wissenschaftler trauten ihren Augen nicht. Es gab keine Einschlagskrater auf dem Mond. Zunächst dachte die NASA, dass Jupiter alle Meteoriten zu sich zieht, aber schon bald bemerkten sie lange Spuren auf den Bildern, die auf vulkanische Aktivität hinwiesen. Es stellte sich heraus, dass die Schwerkraft des Jupiters und die Anziehungskräfte seiner nächsten Satelliten das Innere von Io zusammendrücken und dehnen und es dadurch aufheizen. Infolgedessen brechen Ströme von geschmolzenem Silikat Magma, vermischt mit großen Mengen Schwefel, an die Oberfläche. Dieser Schwefel bedeckt die Krater und die gesamte Mondoberfläche mit einer giftigen Schicht. In Kombination mit der Strahlung ist das für jede Lebensform tödlich. Unter der Oberfläche von Io gibt es jedoch relativ sichere Orte. Wenn das Magma durchbricht und abkühlt, entstehen im Gestein sogenannte Lava-Röhren, in denen Wasser konserviert werden kann und Mikroorganismen überleben könnten. Auf der Erde haben wir zum Beispiel sulfatreduzierende Bakterien, die während ihres Lebenszyklus Schwefelverbindungen und sogar reinen Schwefel verarbeiten. Deshalb wählen sie Schwefelwasserstoffreiche Böden und Gewässer als Lebensraum. Und wenn wir Io besiedeln wollen, müssen wir dem Beispiel dieser Schwefelbakterien folgen und uns unter der Oberfläche verstecken, indem wir unterirdische Basen weit weg von den Vulkanen errichten. Andernfalls ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass alle Bauten der Kolonisten und die Kolonisten selbst innerhalb weniger Jahre durch einen Vulkanausbruch zerstört werden. Unterirdische Basen können die Strahlungsgefahr ebenfalls erheblich verringern. Aber egal wie sehr wir uns bemühen, sie bieten keinen vollständigen Schutz vor Strahlung. Außerdem wird selbst die am besten abgeschirmte Elektronik der Kolonisten ausfallen, genau wie bei Pioneer 11. Aber gibt es einen Ort im Sonnensystem, der mit Io vergleichbar ist, aber ohne solch erstreckende Strahlungswerte? Ein weiterer Mond mit aktivem Vulkanismus ist Triton. Die genauen Daten über diesen Himmelskörper bekamen wir erstmals 1989, als die Voyager 2 an Triton vorbeiflog. Die Wissenschaftler erwarteten einen tristen, leblosen Brocken zu sehen, aber stattdessen zeigten die Bilder eine komplexe Topografie. Außerdem schießen an manchen Stellen mysteriöse, dunkle Geysire direkt in den Weltraum. All das geschieht bei einer Temperatur von minus 235 Grad, was bedeutet, dass wir es mit Kryovulkanismus zu tun haben. Unter solchen Bedingungen brennt sich gewöhnliches Wasser wie Lava durch. Auf der Oberfläche von Triton könnten nur Bakterien Sporen überleben, die in einem ruhenden Zustand auf bessere Bedingungen warten. Über die unterirdischen Wasserreservoirs, aus denen die Geysire ausbrechen, wissen wir zu wenig, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Wenn wir uns jemals dazu entschließen, eine Basis auf Triton zu bauen, müssen wir über eine zuverlässige Isolation anstelle eines Strahlungsschutzes nachdenken. Dies kann mit lokalen Ressourcen erreicht werden, zum Beispiel mit Eisblöcken, die zu einer Kuppel geformt werden. Daraus kann Wasser gewonnen werden und der Brennstoff, der buchstäblich unter unseren Füßen liegt, kann die Energie zum Schmelzen liefern. Anscheinend enthält Triton Ammoniak, Methan und Stickstoff, die sogar zu Raketentreibstoff synthetisiert werden können. Das Haupthindernis für die Besiedlung dieses Neptun-Mondes ist jedoch die Entfernung. Er ist 30 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde und die Reise dorthin würde mindestens 12 Jahre im besten Fall dauern. Moderne Technologien erlauben es noch nicht, die für das Überleben der Kolonisten notwendige Ladung an Materialien und Nahrungsmitteln zu einem so weit entfernten Ort zu transportieren. Selbst die Erkundungsmissionen der NASA zum Triton werden immer wieder verschoben. Seien wir also pragmatisch und kehren wir zu den Monden zurück, die die nahen Gasriesen umkreisen? Abgesehen von Io haben die Voyager-Missionen zu den anderen Monden des Jupiters die Astrobiologen sehr fasziniert. 95 kam die Raumsonde Galileo dort an und schickte über 30 Gigabyte an einzigartigen Informationen. Die Wissenschaftler waren besonders interessiert an Europa. Sie entdeckten seltsame Linien auf seiner eisigen Oberfläche. Galileo bestätigte, dass sich diese Linien ständig verändern, was darauf hindeutet, dass sie nichts anderes als Risse im Eis über einem Ozean aus flüssigem Wasser sind. Wissenschaftler glauben jetzt, dass sein Volumen doppelt so groß wie die aller Ozeane der Erde zusammen ist. Die genaue Zusammensetzung des dortigen Wassers ist jedoch noch unbekannt. Um Proben zu entnehmen, müssten wir nicht nur Europa erreichen, sondern auch einen Brunnen bohren. Mitten in die Eisoberfläche in eine Tiefe von 150 Kilometer. Es gibt jedoch einen einfacheren Weg, eine Probe zu gewinnen. Beobachtungen mit Teleskopen deuten darauf hin, dass der Ozean von Europa durch die Risse auf der Oberfläche direkt in den Weltraum schwappt. Wassermoleküle bilden eine lange Spur, die eine vorbeifliegende Raumsonde einfangen und Proben sammeln könnte. Die Analyse dieser Proben würde nicht nur Aufschluss über die Zusammensetzung des Ozeans geben, sondern könnte auch die wichtigste Frage beantworten. Gibt es Leben unter dem Eis von Europa? Astrobiologen vermuten, dass es sich um Organismen handeln könnte, die den Einzelern auf der Erde ähneln, die extremen Bedingungen standhalten und sogar den Marianngraben bewohnen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um Bakterien wie Paracoccus denitrifikans, die eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit zeigen. Sie können sowohl in sauerstoffreichen als auch in sauerstoffarmen Umgebungen leben, ernähren sich von Wasserstoff- und Schwefelverbindungen und gedeihen sogar unter Hypergravitationsbedingungen. Im Labor wuchsen sie bei einer Beschleunigung von über 400 G weiter. Das entspricht einer Supernova-Explosion. Leider sind die Menschen von einer solchen Ausdauer weit entfernt und wenn wir Europa besiedeln wollen, müssen sich NASA-Ingenieure den Kopf zerbrechen. Ich wette, dass du schon über eine Unterwasserstadt unter dem Eis nachgedacht hast. Um die Machbarkeit eines solchen Projekts zu verstehen, müssen wir uns jedoch zuerst durch das Eis von Europabohren und Roboter unter dem Eis einsetzen. Die NASA testet bereits eine einzigartige, im Wasser schwimmende Drohne, die im Wesentlichen gegen die eisige Kruste gedrückt wird. Dann müssen nur noch die Räder angetrieben werden und das Gerät kann den gesamten Mond von innen durchqueren. Wenn sich die Bedingungen als geeignet erweisen, wird der nächste Schritt der Bau einer Unterwasserbasis sein, um Sauerstoff direkt aus dem Wasser zu gewinnen. In Wirklichkeit ist es keine Option, sich unter dem Eis von Europa niederzulassen, sondern eine Notwendigkeit, da die Oberfläche des Mondes auch radioaktiv ist. Hoch radioaktiv. Schon nach einem Tag auf Europa wären die Kolonisten der fast 2000 Mal höheren Strahlung als die durchschnittliche jährliche Strahlendosis der Erde ausgesetzt. Und das würde ausreichen, um sich innerhalb des nächsten Monats vom Leben zu verabschieden. Wenn also aus irgendeinem Grund die Unterwasserbasen versagen, die eisige Kruste sich als zu unüberwindbar erweist oder das Wasser selbst giftig ist, müssen wir die Idee der Kolonisierung aufgeben und ernsthaft einen anderen Jupiter-Mond in Betracht ziehen. Ganymed ist der einzige Mond im Sonnensystem, auf dessen Oberfläche die Strahlung fast keine Gefahr darstellt. Das verdankt er vor allem seiner Magnetosphäre, die von der bekannten Raumsonde Galileo entdeckt wurde. Normalerweise findet man solch starke Magnetfelder nur um Planeten herum und nicht einmal um alle von ihnen. Aber Ganymed übertrifft von der Größe her den Merkur. Er ist im Grunde ein ganzer Planet, der den Jupiter umkreist. Als Bonus entdeckte Galileo einen unterirdischen Ozean auf Ganymed. Das scheint ein Trend unter den Monden der Gasriesen zu sein. Aber es könnte bis zu vier dieser Ozeane geben. Es wird vermutet, dass sie schichtweise liegen und durch Eisschichten getrennt sind. Wahrscheinlich sind sie unter unterschiedlichen Bedingungen entstanden, was bedeutet, dass in jedem von ihnen verschiedene Lebensformen leben können. In salzigem Wasser können nicht nur Bakterien, sondern auch größere Organismen leben und sich vermehren. Zum Beispiel Radiolarien. Sie sind im Wesentlichen Plankton mit einem inneren mineralischen Skelett aus Silizium und Strontium. Ihre Größe ist nicht mehr als ein Millimeter. In salzigem Wasser könnten die Organismen jedoch zehnmal größer sein. Artemia ist ein Krustentier, das in Salzwasserkörpern auf der ganzen Welt lebt. Sie können sich auch ohne einen Partner fortpflanzen. Normalerweise legen sie Eier, aber unter extremen Bedingungen werden sie lebend gebärend. Artemia-Eier können lange Zeit überleben, auch ohne Sauerstoff und Wasser. Wenn es auf Ganymed keine außerirdischen Krustentiere gibt, können seine Ozeane mit irdischen Artemia besiedelt werden. Ein aus ihnen hergestellter Brei ist so nahrhaft, dass er Fleisch ersetzen kann, was viel günstiger ist als viel Energie für den Anbau von im Labor gezüchtetem Fleisch aufzuwenden. Abgesehen von der Strahlungssicherheit ist Ganymed damit ein vielversprechender Ort für die Besiedlung. Außerdem gibt es noch eine weitere wichtige Voraussetzung für Leben dort. Die ersten Beobachtungen durch Teleskope von der Erde aus zeigten eine dünne Atmosphäre um Ganymed, aber Voyager 1 konnte dies nicht bestätigen. 1995 konnten Wissenschaftler mithilfe von Spektralanalysen jedoch feststellen, dass Ganymed definitiv eine sauerstoffhaltige Atmosphäre hat. Allerdings ist sie zu dünn, um zu atmen oder die Wärme zu speichern. Deshalb erreicht die Temperatur auf Ganymeds Oberfläche minus 203 Grad Celsius. Doch selbst eine dünne Sauerstoffhülle auf Monden ist eine große Seltenheit und hier kann er extrahiert, gereinigt und für die Atmung der Kolonisten bereitgestellt werden. Auf jeden Fall gibt es auf Io, Europa und Ganymed nur vereinzelte Ecken, in denen primitives außerirdisches Leben gedeihen kann. Und die Kolonisten werden enorme Anstrengungen unternehmen müssen, um die fehlende Atmosphäre, die Strahlenbelastung und andere Nachteile auszugleichen. Aber im Sonnensystem gibt es einen Ort, an dem all diese Tricks unnötig sind und das ist ein ganz besonderer Himmelskörper, der den Saturn umkreist. Diese düstere und kalte Welt könnte sich als der beste Ort für Leben im Sonnensystem erweisen. Die vorbeifliegenden Pioneer 11 und Voyagers konnten nicht einmal seine Oberfläche erfassen, die von dichten Wolken verdeckt wird. Um unter sie vorzudringen, musste eine spezielle Mission organisiert werden. Am 14. Januar 2005 landete die Huygens-Sonde erfolgreich auf dem größten Saturn-Mond, Titan. Und sie entdeckte nicht nur Wolken, sondern etwas, das kein anderer Satellit eines Planeten im Sonnensystem hat. Eine dichte Atmosphäre. Außerdem besteht sie wie die Erde, hauptsächlich aus Stickstoff. Und zerstreut die zerstörerische kosmische Strahlung. Aber die Ähnlichkeit endet hier. Die Oberfläche des Mondes ist nicht sichtbar, weil sich in den oberen Schichten der Atmosphäre unter dem Einfluss des schwachen Lichts ein kohlen Wasserstoff-Smog bildet, der die Strahlen nicht weiter vordringen lässt. Daher herrscht auf der Oberfläche des Titan ewige Dunkelheit. Doch wie Huygens herausfand, ist die Atmosphäre selbst sehr aktiv. Dort wehen ungewöhnliche Winde, die täglich Ströme warmer Luft von Pool zu Pool tragen. Infolgedessen bilden sich Dünen in den äquatorialen Regionen des Titan, genau wie in den Wüsten der Erde. Nur besteht der Sand hier nicht aus Silikaten, sondern aus kohlen Wasserstoffkörnern, die an Kaffeesatz erinnern. Und die Landschaft des Titans besteht nicht aus Felsen, sondern aus Eisblöcken, die fast genau so fest sind bei einer Temperatur von minus 180 Grad Celsius. Aber wie auf anderen Satelliten der Gasriesen gibt es auch auf Titan flüssiges Wasser in einem unterirdischen Ozean in einer Tiefe von 80 Kilometern. Hier könnten extreme Bakterien gedeihen, die denen auf der Erde ähneln. Das ist jedoch bei weitem nicht die einzige Hypothese über außerirdisches Leben auf Titan. Flüsse und Meere aus Ethan und Methan fließen über seine Oberfläche. Auf der Erde sind dies Gase, aber dort in der extremen Kälte sind sie flüssig. Astrobiologen glauben, dass diese exotischen Gewässer Leben einer ganz anderen Art hervorgebracht haben könnten. 2020 erschien ein Artikel im Astronomical Journal, in dem es hieß, dass man ein kohlenstoffbasiertes Molekül namens Zyklopropenolid in Titans Atmosphäre gefunden hätte. Das ist ziemlich seltsam, weil solche Verbindungen normalerweise in interstellaren Staubwolken zu finden sind und die Atmosphäre des Titan dafür eigentlich zu warm ist. Zyklopropenoliden sollten sich dort einfach auflösen. Könnte etwas der Wissenschaft Unbekanntes diese Verbindung ständig in solchen Mengen erzeugen, dass sie von der Erde aus sichtbar ist? Extraterrestrisches Leben könnte ein geeigneter Kandidat sein. Schließlich sind ähnliche Moleküle Teil der DNA und der RNA, was sie zu biologischen Markern macht. Allerdings müsste das Leben auf Titan einen Wasserersatz für den Zellstoffwechsel finden. Und das Überraschendste ist, dass Astrobiologen bereits erfolgreich eine Membran modelliert haben, die flüssiges Methan durchlassen kann. Dies ist ein Acetosom, das aus Stickstoff-, Kohlenstoff- und Wasserstoffmolekülen besteht. Es könnte als Grundlage für wirklich exotisches, kryogenes Leben dienen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Analogien zu unseren Eiswürmern, die auf nordamerikanischen Gletschern leben, derzeit über die Dünen des Titanen gleiten. Außerdem könnten sie auf einem Mond mit geringerer Schwerkraft viel größer sein. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass wir auf ihnen wie im Film Dune reiten können. Auf jeden Fall werden wir bald Neuigkeiten über das Leben auf dem Titan erfahren. Im Jahr 27 plant die NASA, die Dragonfly-Mission zum Titan zu starten. Es wird mehr als nur eine Sonde sein, es wird ein Quadcopter sein, der längere Zeit über die Oberfläche fliegen, nach Anomalien suchen und sofort landen kann, um sie zu untersuchen. Aber selbst wenn diese Mission kein Leben auf dem Titan entdecken wird, sollten wir über zukünftige Flüge mit ehrgeizigen Zielen nachdenken. Obwohl Titan auf den ersten Blick kalt und unwirtlich erscheint, ist er wohl die vielversprechendste Welt für eine Kolonisierung im gesamten Sonnensystem. Ja, ich schließe hier den Mars mit ein, der üblicherweise in einigen der wichtigsten Parametern hinter Titan zurückbleibt. Und hier ist auch der Grund, warum. Die Kolonisten einer neuen Welt benötigen eine große Menge an Baumaterialien. Für den Bau einer Basis auf dem Mars planen die NASA-Ingenieure die Verwendung von Erde und Gestein, die nur begrenzte Möglichkeiten bieten. Titan hingegen verfügt über einen unbegrenzten Vorrat an flüssigen und festen Kohlenwasserstoffen, die leicht zu Polymeren synthetisiert und in jede gewünschte Form gebracht werden können. Im Gegensatz zum Marsgestein können diese leichten und robusten Materialien zum Bau von Lebensräumen, Laboren und Gewächshäusern verwendet werden. Außerdem könnten überschüssige Kohlenwasserstoffe in Zukunft sogar zur Erde zurückgeschickt werden. Wenn man über eine langfristige Besiedlung nachdenkt, stellt sich unweigerlich die Frage nach Nahrung und Wasser. Düngemittel für den Anbau von essbaren Pflanzen auf dem Mars müssten importiert werden, da sie auf einen fragilen, geschlossenen Reproduktionszyklus angewiesen sind. Auf dem Titan hingegen enthält die Atmosphäre bereits Stickstoff, Methan und Ammoniakdünger. Dies würde den Anbau von Gemüse in speziellen Gewächshäusern und sogar die Schaffung von selbstversorgenden Ökosystemen mit minimalem Aufwand ermöglichen. Die größte Herausforderung wäre die Bereitstellung von Wärme. Wasser ist auf dem Mars Mangelware und kommt nur in den Polkappen vor, was ein Transport über weite Strecken erfordern würde. Auf Titan sprudelt das Wasser direkt unter der Oberfläche. Obwohl es etwa 10% Ammoniak enthält, das als Frostschutzmittel wirkt, kann es leicht gereinigt werden. Kohlenwasserstoffflüsse würden den Kolonisten ebenfalls gute Dienste leisten, da sie für die Stromerzeugung genutzt werden könnten. Außerdem muss man in der Nähe von Tonnen flüssigen Treibstoffs keine elektrischen Funken befürchten. Denn in der Atmosphäre von Titan gibt es keinen Sauerstoff, was eine Verbrennung praktisch unmöglich macht. Auf dem Mars könnte die Energie nur aus Sonnenkollektoren gewonnen werden, die nach Sandstürmen ständig gereinigt werden müssten. Und das alles in klobigen Raumanzügen. Denn die Marsatmosphäre ist nicht nur mit giftigem Kohlendioxid gefüllt, sondern auch extrem dünn. Der Atmosphärendruck auf dem Mars ist nur 0,59% des Wertes auf der Erde. Aber auf dem Titan ist sie eineinhalbmal so hoch wie auf der Erde. Deshalb brauchst du nur einen Anzug, der dich vor der Kälte schützt und eine Atemmaske mit Sauerstoff. Dieser kann in ausreichenden Mengen aus dem unterirdischen Ozeanwasser gewonnen werden. Die Hauptsache ist, dass die Atemreservoirs extrem zuverlässig sind, um Explosionen zu vermeiden. Und du könntest sogar den unterirdischen Ozean des Titans mit Cyanobakterien bevölkern. Rüste sie mit stärkeren UV-Lampen aus und warte, bis sie genug Sauerstoff produzieren. All diese Vorgänge können von einer Basis aus durchgeführt werden, die den bestehenden Konzepten für Mars-Siedlungen ähneln könnte. Mit dem einzigen Unterschied, dass es keine Druckschwankungen gibt und man sich vor tödlicher Strahlung schützen muss. Stattdessen sollte die Isolierung robuster sein. Nicht nur für den Komfort der Kolonisten, sondern auch, weil die Menschen und ihre Ausrüstung auf dem Titan eine beträchtliche Menge an Wärme erzeugen werden. So viel, dass ohne eine angemessene Isolierung sowohl die Basis als auch die Kolonisten buchstäblich den Kohlenwasserstoffboden schmelzen und darin versinken würden. Außerdem ist das bequemste Transportmittel auf Titan nicht das Auto, sondern das Fliegen und Schwimmen. Die NASA entwickelt bereits ein spezielles Wasserflugzeug, das in der dichten Stickstoff-Methan-Atmosphäre des Titans schweben und über seine Ozeane gleiten kann. Aber das Erstaunlichste ist, dass man auf Titan auch ohne spezielle Maschinen fliegen kann. Es ist der perfekte Ort, um den langjährigen Traum der Menschheit vom Fliegen zu erfüllen, indem wir einfach mit den Armen wedeln. Die Schwerkraft hier ist nur 14 Prozent der Erde. Ein paar Faltflügel könnten also jeden Kolonisten in einen Vogel verwandeln. Doch selbst nach all dem ist der Mars dem Titan in Sachen Erreichbarkeit immer noch überlegen. Es dauert weniger als ein Jahr, den roten Planeten zu erreichen, während eine Reise in die Umlaufbahn des Saturns mindestens fünf Jahre dauern würde. Doch wenn wir unser Überleben als Spezies im Sonnensystem sichern wollen, ist das kein so großer Nachteil. Schließlich sind sowohl die Erde als auch der Mars letztlich dem Untergang geweiht. In nur einer Milliarde Jahren wird die Sonne beginnen, 40 Prozent mehr Hitze zu erzeugen, wodurch die Erde die bewohnbare Zone verliert. Das Wasser in den Ozeanen wird anfangen zu kochen und zu verdampfen. Der sich ansammelnde Dampf in der Atmosphäre wird zu einem Treibhauseffekt führen und unseren Planeten in nur wenigen tausenden Jahren in einen höllischen Ofen verwandeln, der der Venus ähnelt. Und in vier Milliarden Jahren wird sich die Sonne in einen roten Riesen verwandeln, sich ausdehnen und fast alle Planeten in der Nähe verschlingen. Wenn der Mars überlebt, wird er die Sonnennächste Welt sein, ähnlich wie Merkur jetzt. Ein glühend heißer Felsbrocken. Wenn unsere Kolonie dort ist, schmilzt sie einfach weg. Nach einer solchen Apokalypse im inneren Sonnensystem werden die Monde der Gasriesen jedoch mit reichlich Wärme aufblühen und für viele Millionen Jahre viel angenehmer sein. Also wähle jetzt, auf welchem Mond möchtest du leben? Bis zum nächsten Mal.